Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge unseres Let's Plays zu Doom 3 BF Tierdischen. Wir sind in der Ausgrabungsstätte gelandet, in der finalen Ausgrabungsstätte, denke ich mal. Wir haben hier sehr, 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 sehr viel Munition gefunden. Und so viel Munition kann doch eigentlich nur heißen, jetzt gibt es noch einen dicken fetten Ende, dicken fetten Bossfight und das war es auch mit Doom 3 dann wahrscheinlich. Wir haben unseren Seelenwürfel aufgeladen, wir sind bereit für die Steinzeit. Naja, nicht ganz. Nur ein bisschen Leben wäre ganz cool. Möchte den Brüllwürfel aber auch nicht verwenden. Weil, falls jetzt wirklich ein Deck... Oh, ein Sarkophag. Also ich glaube wirklich, wir sind dem Ende nah, also mit den Nerven sowieso, aber vor allem des Spiels. Das Ding ist mir ein bisschen unheimlich. Na da ist Leben. Kennen wir ja jetzt schon. Ruhe. Ich möchte hier nochmal... Na, speichern brauchen wir nicht für die eine Minute, die wir jetzt gebraucht haben. Kammer des Helden. Seems legit. Aber sieht cool aus, das Teil. Aber wahrscheinlich des Helden, der sie da vor diesen Monstern beschützt hat. Da haben wir auch die Tafeln können. Das gleiche Tafel gibt es mehrmals. Da ist wieder die Doom 1 Anekdote. Diesmal ein bisschen gespiegelt. Wie viele Tafeln es hier auch gibt. Gut. Gehen wir zu Unidentifiziert. Schau mal. Was uns hier erwartet. Ist das ein Fahrstuhl? Ah, ja. Sind wir wahrscheinlich wieder so... Ist hier der Weg runter zur Hölle. Okay, hier unten geht es weiter. Da bewegt sich sogar der menschliche Körper da vorne. Eindrucksvoll, eindrucksvoll. Eindrucksvoll, eindrucksvoll. Das muss man sagen. Manchmal betrifft sich Doom 3 doch ein bisschen selber. Wir müssen ein bisschen lauter reden, weil ich glaube, das Spiel ist hier echt ein bisschen laut. Hier in der Hölle. Wieder. Unser PDA sagt zwar unidentifiziert, aber ich denke mal, das ist die Hölle. So ein Vorhof der Hölle. So, irgendwas. Ah, Speicher. Kann ja nichts Gutes heißen, wenn wir hier Speicher. Also wenn... Kann da sogar draufklicken. Ist das jetzt ein Easter Egg? Errungenschaft. Einer für alle. Ist das jetzt so ein Bonusraum? Das habe ich in der Thumbnait drin, das Teil. Ein PDA von id Software. Oh. Schöner Easter Egg. Dann werden wir uns gleich mal anhören. Mal schauen, was id Software so zu sagen hat. In ihrem eigenen PDA. Hey. Keine Audio-Logs. E-Mails. Danke. Vielen Dank. Alter. Danke, 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 danke. Warte mal. Danke. Grafiker. Das ganze Team hat sich ja hier bedankt. Ey, das ist ja cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte unseren Fans danken, dass sie Doom 3 spielen. Wow, wir haben es endlich geschafft. Ich möchte Tara den Gedanken mit Geduld, den langen Arbeitstagen und all den Reisen, dass sie immer da war, wenn ich nach Hause kam, egal wann. Danke an Tuffy, Champ, Barney, Boo, Tessie, Charm, Ali, blablabla. Ja, danke. Danke an das gesamte Team hier für id, für all die, aber um Doom 3 zu dem Spiel zu machen, das wir am Anfang an haben wollten. Danke natürlich an die Fans, die dafür sorgen, dass all die Mühe sich am Ende gelohnt hat. Wir sehen uns bei der Quake-Con und auf den Doom 3-Servern. Ich möchte freuen, wenn ein paar Raketen von Toth servieren werde. Danke an alle. Wir haben jede Menge Spaß gemacht. Ein besonderer Dank geht auch an meine... Ja, gut, jetzt bedankt sich hier jeder. An meine Familie, an den, an den, an den. Danke. Meine Wunder... Blablabla. Meine Eltern. Mutter, hast du das Spiel so weit gespielt, um das hier zu lesen? Wie geil. Geschafft, wuhu. Boah. Und ja, wir haben es geschafft, war ein langer Weg. Ich würde sagen, vier Jahre in einem Spiel, so eine lange Zeit aus, glaube ich. Und so ein Spiel zu machen mit so vielen Leuten im Team, sagt echt eine Menge über das Talent und den Enthusiasmus eines jeden Einzelnen bei id. Und ich möchte in allem bei id danken, dass die Zeit im Büro so viel Spaß gemacht hat und sich gelohnt haben. Wir waren viel im Büro. Ich möchte bla bla bla... Meiner Frau, Tochter, Mali. Äh, bla bla bla... Stellung gehalten. Geschimpft, äh, wenn ich an Zeiten zu Hause war. Last but not least, den Fans und... Euch Jungs, Mädels, die euch hart verdienst, Geld für das Spiel auf den Tisch legt. Okay. Schmutzige Wäsche, wett. Spieler, tja, da sind wir am Ende des Spiels. Okay. Entweder du hast durchgehalten und hast es echt drauf oder du hast irgendwo ein paar Cheatcodes gefunden. So oder so. Danke, dass du es bisher geschafft hast. Ich sorge dafür, dafür einen kleinen Bonus verdienst. Nun verrate ich dir ein paar strengen vertrauchliche Geheimnisse und wissenschaftliche Kleinigkeiten über das Grafikerteam. Navigiert schneller als die meisten japanischen Webseiten der japanischen Buchhandlung. Ist nie in einem Restaurant, in dem orange fangende Lycra-Hotpads zur Personalkleidung erholt. Freut den nächsten kann, ähm, unsensierte Zeilen aus einem Trickfilm zitieren, an dem er mitgehalten hat. Wurde einmal von einem Film-Star-Lad in der Mozzetta eingeladen, ist aber nicht hingegangen. Kann sein Lachen nicht unterdrücken. Ist schon oft dem Tod durch Blitzschlag in den Rohren. Wollte mal ein Mädchen beeindrucken, in dem er ihm erzählte, dass er einen furchtbaren Song mag. Mag Superbar anscheinend keine Cracker. Ist nur Zeug aus dem Mixer. Interessant. Hallo, ich bin blablabla, Eigentümer von It, blablabla, Familie, ja, Standengelaber. Du hast es also gefunden. Ich hoffe, du hast Spaß in der Arbeit, die wir in Doom 3 gesteckt haben. Ich hatte einen Wahnsinn, Spaß dabei, das Spiel zu machen. Du bist der Grund, warum wir weiter größer die Spiele machen können und wir dankbar sind in der Unterstützung. Ja, ein schöner Dank an die, mustbody.com. Danke an meine Freunde und Familie für Unterstützung. Ich hoffe, wir haben so viel Spaß beim Spielen. Umfragen zum Schwer des Jahres. Super Turbo Turkey Buncher 3. Vielen Dank. Vielen Dank, ja, okay, Liebe, bla, danke, danke. Es hat ja gedauert, Marine. Zunächst ein 1 gemeinten Dank an dich. Ähm, ja, blablabla, bei Doom 3 Spiels. Ich weiß, es hat ein paar Jahre gedauert, bis es fertig war und ich hoffe, dass das Engagement, die Arbeit richtig genießt, wie ihm diese Titel gesteckt wurde. Riesen Dank an It, Frau, an die Frau, danke, ihr hast weit geschafft in der Seele, ich hoffe, es gefällt dir soweit, rede ich um, schnell. Hey, 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 ich möchte meinen Freunden, bla, 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 danken. Empire 3, danke für die Deathmatch-Spiele nachts. Spät nachts ist es mal klasse, trainier mal wieder ein bisschen mit, deine Schrufhunde, keine Railgang für dich. Meine Kollegen, bei uns arbeiten tolle Leute und sie sollen stolz erinnern, dass wir geleistet haben. Danke, dass ihr das Lecheln im Gesicht sorgt. An die Eigentümer von It, bla, 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 tolles aufgebaut. Und dich, Spieler, danke für deine Unterstützung, für deine Geholt werden, wie ich so hart in dieser Sache gearbeitet habe. Ja, ich muss ja nicht so lange warten, ich habe ja nur geblieft hier, dich. Mixon.com.jp-Lieferung wurde groß an die Kussschläge ist. Dankeschön an meine Waffenbrüder und die Entwicklung des Knüllerspiels, weil sie so eine tolle Gesellschaft waren. Vermutlich Spam, großes. Es war jetzt geschafft, das hoffe ich sehr, dass du dir Doom 3 gespaß gemacht hast oder wenigstens die schnelle Deathmap und der Noclip Riot zu diesem Geheimnis. Okay. Es war eine Freude zu dem Team, bla, 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 bla. So genau, vier Jahre lang Entwicklung, okay, quare, bla, 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 bla. Bla, 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 danke. Was ist das? Hast du den MRE hinter Doom? Danke mir und mein geliebten Zwilling, okay. Besonderen Dank Andy Fred, die mir gesagt haben, bla, 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 bla. Bagel Chick. Bagel Chick, okay. Okay, hallo, kann ich, ja, okay. Süß, dass sie so alles eingebaut haben. Ich finde das cool. So schön in der Hölle. Haben sie sich ja verewigt. Ihr werdet alle in der Hölle landen. Muhaha. Okay. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich erst das richtige Ende. Boss Baby. Wir speichern aber erst mal, dass wir den auch schaffen werden. Ich fand es cool, was sie hier gemacht haben. Also, ihr sich selbst daran verewigt. LoL. Warum? Was hat mich jetzt schon hier getroffen, was mir so viel abzieht? Das war ein Standard-Mob neben mir. Ja, da ist ein Standard-Mob. Ich sag mal kurz nach. Ja, wahrscheinlich habe ich mich selbst durch die Beef G getroffen, weil das Vieh in mir steht. Wobei mir ich den geblieben. Ach ja, beim Entgehen. Der hat ziemlich nice designt es. Ach, stimmt. Wenn ich die zu lange halte, dann explodiert die. Ach, stimmt. Der war ja was. Hätte man mal ein bisschen mehr am Spiellauf gepasst, büsste man das natürlich. Man müsste das nicht eigenständig erfahren. Von was wurde ich jetzt schon wieder getroffen? Das ist voll unwill. Ich hab nur ich. Warum hab ich da keine Munition mehr für? Na, ich hab keine Munition. So, ich speichere mal kurz mehr in den Bossfight. Das war böse, aber ich mach's halt. Ja, ich böse bin im Uhr. Ah, Mist, jetzt habe ich nicht richtig aufladen können. Zurück. Boah, jetzt erstmal nachladen. Ja, gewinnt mir den Keksen. Naja, close enough. Boah, ey. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. das ist ja auch noch ein aber gewisse keks ich hasse dieses kleinen gewösel putz lol die erste rauskriechen oder ja das ist zumindest mal ein boss der mal ein bisschen boss mäßig ist die anderen poste bisher die waren echt lächerlich der hat zumindest ein bisschen boss charakter mal gut ich kann ja unendlich lang spenden aber eigentlich ist ja ganz gechillt gemacht nutze uns so ja ey dicke habe ich gerade eine tüfe bekommen ah so schwer war denn ich hätte ruhig ein bisschen länger gehen können das war wahrscheinlich das eigentliche tor zur hölle was er noch geöffnet hatte oh oh wie lust ist das wortwitz wir haben uns für verrückt halten wenn wir erzählen was wir erlebt haben was ist mit dr betruger er ist hier nirgends da dddddddddddd gleich mal ein paar achievements schauen wir uns erst mal die mitwirkende an und dann werde ich noch was zum spiel sagen und dann werde ich noch was zum spiel sagen und dann werde ich noch was zum spiel sagen und dann werde ich noch was zum spiel sagen zug+. Gibt's jetzt keine Musik mehr? okay Ja Na gut, wenn jetzt keine Musik mehr läuft, könnte ich eigentlich schon mit meinem Fazit anfangen Ich meine, ihr könntest ja lesen, was da steht von daher kann ich jetzt schon mal anfangen Ja, was kann man zu Doom 3 sagen? Ich würde es gerne aus mehreren Sichten mal betrachten. Wenn man sich erstmal das Spiel... Gut, Grafik möchte ich mal außen vor lassen. Grafik zu beurteilen ist immer was ganz Schwieriges bei einem Spiel, was etwas älter ist. Weil ich kann jetzt kein Gegenbeispiel aus dem gleichen Jahr, wo Doom rausgekommen ist, Doom 3. Und kann deswegen auch schlecht sagen, ist die Grafik jetzt gut im Vergleich dazu oder ist die Grafik schlecht im Vergleich dazu. Von daher lasse ich das mal außen vor. Ich fand es in Ordnung, hatte kein Problem damit. Gut, ich finde auch Playstation 1 Grafik auf Widescreen gestretched noch in Ordnung. Also das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Vom Gameplay her, was das Shooter-technische Gameplay angeht. Es ist eigentlich total in Ordnung. Hat keine größeren Macken, hat keine größeren Fehler. Gut, dass man nicht automatisch nachlädt. Ich glaube, das hätten wir sogar einstellen können, aber ist ja egal. Hat ein tolles Wachenfeeling, hat ein paar echt tolle Waffen. Also als Shooter ist es schon mal ziemlich interessant. Ziemlich gut. Was die Horrorelemente angeht... Naja... Aus heutiger Sicht ist man natürlich mehr gewohnt, wenn man jetzt an solcher Kracher wie Silent Hill, die frühen Resident Evil oder auch das erste Dead Space sich anguckt. Da ist man einfach mehr... Jetzt müsste die Musik wieder kommen, oder? Ja. Ähm, ist man halt mehr so diesen Psycho-Horror gewohnt. Und da ist dieser... Etwas springt um die Ecke, also dieser Erschreckens-Horror, ähm, nicht mehr so das Wahre. Dennoch... Jetzt bin ich gerade ans Mikrofon gekommen. Ähm, ist es in Ordnung. Ich hatte ja nichts Problem. Man kommt halt ein bisschen schwierig in die Atmosphäre, weil man halt nur diesen Horror hat. Ähm, deswegen... Wenn man Doom 3 eher als Zauber-Spiel haben möchte, dann ist es vielleicht nicht so toll. Gut, ähm... Was könnte man noch sagen? Inszenierung, finde ich, am Ende fand ich ganz interessant. Ich fand zwar den ersten, ähm, Höllentrip, ha... Äh, ersten Mal in der Hölle fand ich irgendwie ein bisschen... Der hat noch so ein bisschen die Prise Salz gefehlt, dass es richtig schön episch ist. Ist aber trotzdem sehr gut gelungen, äh, zweiten Teil jetzt hier in der Hölle. Und vor allem den Boss-Gegner fand ich besser. Und da kommt mir jetzt so was, was mich halt am Spiel ein bisschen geärgert hat. Das liegt auch mal an den Beef-Teer-Dischen. Das sind überall Munition und HP. Ohne Ende hat das. Das klaut einfach noch so ein bisschen diese Atmosphäre, die anscheinend Blumen 3 in der Originalfassung noch hatte. Wenn du, äh, weißt, ey... Ähm, ich hab halt wenig Munition. Das gibt nochmal ein bisschen mehr Bonus in der Atmosphäre. Und, äh, die Bosse sind echt ein bisschen langweilig. Außer der letzte, der war... Wenn die anderen Bosse ungefähr so waren, wie... Wären wie der letzte. Die ersten Bosse. Und die sich dann gesteigert hätten. Dann wär's echt interessant gewesen. Weil die waren echt viel zu einfach. Ich mein, zwei, dreimal den Prüllwürfel eingesetzt. Ein paar Mal mit der Beef-Teer rumgeballert. Und der war schon tot. Also, naja. Das fand ich jetzt nicht so toll. Äh, was kann man noch zu Doom 3 sagen? Und Henk sagen, das war's soweit. Ähm, könnte man Doom 3 empfehlen. Ich würde sagen, wer Doom 3 schon kennt, dem würde ich die Beef-Teer nur empfehlen, wenn man wirklich so ein richtiger Hardcore-Doom-3-Fan ist und man die Add-On spielen will. Wenn man's nicht schon auf Englisch gespielt hat. Wo ich mir da dann denke, importiert euch doch eher die englische Version von Doom 3 und von Resurrection of Evil, wenn ihr unbedingt das Add-On zocken wollt. Und finde ich persönlich besser, als da Beef-Teer Edition zu spielen. Für Leute, die noch nie was mit der Doom-Serie zu tun hatten, ist eigentlich Doom 3 der perfekte Einstieg in die Serie. Denn man hat ja bei der Beef-Teer Edition nicht nur Doom 3 dabei, sondern auch Doom 2 und Doom 1. Auch in der deutschen Fassung, da wurde extra Doom 1, Doom 2 weiß ich nicht, ob's auf dem Index war. Doom 1 vom Index geholt, ja. Doom 1 war bis vor kurzem noch auf dem Index. Index. Totaler Schwachsinn, aber gut. So ist halt teilweise die deutschen Behörden, die sind teilweise so blöd. Naja. Also wer noch nie was mit der Doom-Serie zu tun hatte, sollte sich das auf jeden Fall mal zulegen. Vor allen Dingen wegen dem ersten Teil, weil das ja ein richtiger Meilenstein in der Spiele-Geschichte ist. Das hat ja den Ego-Shooter so gesehen zu dem gemacht, was der Ego-Shooter heute ist. Ja. Die Leute, die halt Doom 3 schon haben, die brauchen sich nicht unbedingt Beef-Teer zu holen. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war's soweit von unserem Let's Play zur Doom 3 Beef-Teer Edition. Zumindest zum Doom 3 Teil. Ich werde natürlich noch eine Let's Play zur Resurrection of Evil machen. Das wird dann direkt jetzt im Anschluss kommen, gehört ja dazu, zur Beef-Teer Edition. Ich werde dazu noch, denke ich mal, ein eigenes Thumbnail machen und sowas in der Richtung. Ähm, also es, ja, kommt direkt im Anschluss. Es gehört eigentlich noch zu Doom 3 für mich jetzt dazu. Wenn wir das jetzt schon machen, machen wir das auch noch mit. Und, ähm, ich würde sagen, das war's soweit von Doom 3. Wir werden uns dann in Resurrection of Evil und Lost Missions wiedersehen. Also, das war die 62. Folge und das Finale von Doom 3. Und das Let's Play zur Doom 3 Beef-Teer Edition. Wir sehen uns dann bei Resurrection of Evil wieder. Life Maker over and out.